Im neu gestalteten Freizeitpark in Brunheim-Gebirge wurde nach Bauverzögerungen nun endlich die Pump-Track-Anlage feierlich eröffnet. Auf 300 Meter mit Wellenelementen sowie verschiedenen Schwierigkeitsgraden ist vom Anfänger bis zum Profi für alle Fans, die sich gerne auf zwei Rollen fortbewegen, etwas dabei. Im Brunheim-Gebirge war es endlich soweit. Die Pump-Track-Bahn wurde eröffnet. Als Teil der neu entstehenden Freizeit-Anlage wurde sie nun als erstes in Betrieb genommen und auch gleich vom begeisterten Rad- und Rollerfahrern eingeweiht. Das ist nicht nur ein Pump-Track, sondern auch ein Pump-Park. Das bedeutet, wir haben unterschiedliche Segmente zusammengefügt, dass es eine möglichst große Zielgruppe abdeckt. Also wir haben nicht jetzt nur die klassischen, wie wir es jetzt hier sehen, die klassischen BMX-Fahrer, die natürlich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau hier fahren, sondern es soll jeder sich wohlfühlen. Vom Scooterfahrer über das Laufrad für kleine Kinder bis zum klassischen Mountainbike-Fahrer, den darf man auch nicht ganz vergessen. Und das war uns halt bei dem Konzept sehr wichtig. Und daher ist auch so in dieser Form die Pump-Track-Bahn entstanden, weil wir uns andere angeschaut haben etc. Und so wurde dann doch ein Vorzeigeprojekt daraus, in dem es die größte Pump-Track-Anlage in Österreich ist. Die größte deshalb, weil es unterschiedliche Zonen gibt vom Level her. Und wir sind schon sehr gespannt, wie sich das entwickelt, der Besucherstrom. Aber es ist eben auch der Anfang von dem Gesamtprojekt und wir freuen uns schon sehr, wenn alles fertiggestellt sein wird. Ich glaube, in der jetzigen Zeit gibt es nichts Wichtigeres, als den Kindern wieder Freiraum zu geben, den Familien, den Kindern und auch den Erwachsenen. Und diese Pump-Track-Bahn ist nur der erste Teil von einer ganz großen Freizeitanlage. Der Bike-Trail hat eine Länge von 300 Metern und ist mit Wellen, Steilwandkurven oder Sprüngen versehen. Aber nicht nur die Profis können sich hier austoben. Es wurde auch an die Jüngeren und auch an körperlich Beeinträchtigte gedacht. Sie haben ihre eigenen, in Gelb markierten Anfängerstrecken. Wir haben eine relativ große Fläche von fast 1800 bis 1900 Quadratmeter und haben das in fünf verschiedene Segmente, die auch farblich dargestellt sind, aufgeteilt. Wir sind von Osten nach Westen gehend, vom Schwereren ins Leichtere. Ganz im Westen drüben, das Gelbe, ist der Level-1-Bereich. Da können eben Kleinkinder plus auch Menschen mit körperlicher Behinderung im Rollstuhl sich an das Ding hineinschnuppern. Das ist mit den gewissen Höhen, die da genormt sind, die das nicht überschritten werden darf. Und dann geht es eben von Westen kommend im orangenen Bereich eher diesen normalen, wo man einfach nur spaßend in Kurven haben möchte, eine große Vielzahl hat. Bis dann in den blauen Bereich, wo es dann richtig um Speed geht, wo man richtig üben kann, wo man natürlich auch ein richtiges Workout machen kann, übertrieben gesagt. Bis zum roten Bereich, der rote Bereich ist der Pole-Bereich. Da holen wir auch ein bisschen den klassischen Skateboardfahrer ab, den 80er, 70er Jahre klassischen Skateboardfahrer. Aber auch eben die Jungen, die mit ihren Scootern mal Tricks machen wollen. Und dann geht es eben über bis zum Extrem, zu der Jumpline, wo man dann richtig bis zum Rückwärtssalto 360 alles machen kann. Man hat da einiges an Geld in die Hand genommen. War das ein langes Ringen oder spielt da eher quasi die Zukunft für Jugendlichen, hier was zu bieten, eine größere Rolle aus wie der finanzielle Faktor? Also es sind knapp über 2,5 Millionen, die hier insgesamt in die Hand genommen werden. Das ist auch für eine Gemeinde Brunnengebirge ein wirklich großer Betrag, aber das war sehr langfristig geplant. Also wir wussten es schon mehrere Jahre, dass wir das vorhaben, haben das angespart, haben das finanziell vorbereitet. Und dadurch konnten wir das auch in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit durchsetzen. Also wir haben jetzt auch eine Zeitverschiebung von einem Jahr circa halt. Aber umso mehr freut es mich, so wie der Pavillon hier vor mir und die Bahn hinter mir sind entstanden mit ortsnahen Firmen, also die die Ausschreibung gewonnen haben. Das freut mich sehr. Es war uns einfach wichtig für die Brunner Bevölkerung, Freizeitmöglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen. Es dient ja nicht in erster Linie der Erholung, der Entspannung, sondern man soll sich hier bewegen. Es kommt ja noch ein Motorikpark, ein Kalaneticspark. Es gibt einen Aussichtszügel, auf den man da natürlich auch rodeln kann. Also hier soll Bewegung stattfinden im Freien. Vielen Dank.